Eine tote Seele kann auch bereits vor ihrer Auferstehung für eine kurze Zeit aus dem Totenreich gerufen werden. Dies geschah, als Saul Samuel durch ein Medium herbeizitierte. 1.Samuel 28,12-15 In der Schlachter 2000 Als nun die Frau Samuel sah, da schrie sie laut und sprach zu Saul, »Warum hast du mich betrogen? Du bist ja Saul!« Und der König sprach zu ihr, »Fürchte dich nicht!« »Was siehst du?« Die Frau sprach zu Saul, »Ich sehe ein Götterwesen aus der Erde heraufsteigen.« Er sprach, »Wie sieht es aus?« Sie sprach, »Es kommt ein alter Mann herauf und ist mit einem Obergewand bekleidet.« Da erkannte Saul, dass es Samuel war, und er neigte sich mit seinem Angesicht zur Erde und verbeugte sich. Samuel aber sprach zu Saul, »Warum hast du mich gestört, indem du mich heraufbringen lässt?« Und Saul sprach, »Ich bin hart bedrängt, denn die Philister kämpfen gegen mich, und Gott ist von mir gewichen, und antwortet mir nicht, weder durch die Propheten noch durch Träume. Darum habe ich dich rufen lassen, damit du mir zeigst, was ich tun soll.« Der Versuch der Zeugen Jehovas, das herbeigerufene Wesen als einen Dämonen abzutun, ist absurd, denn das Wort der Wahrheit bezeugt in 1. Samuel 28,15, dass es Samuel war, der zu Saul sprach. Es war also die tote Seele des Propheten, die dem König Israels erschien. Dass die verwirrte und völlig verängstigte Okkultistin von einem Götterwesen schwafelte, tut nichts zur Sache. Es ist also biblisch bewiesen, dass eine menschliche Seele auch nach dem Ableben als eine tote Seele in den unteren Örtern weiter existiert. Dass sowohl die Seele als auch der menschliche Geist beim Sterben den Leib verlassen, darf nicht zu dem falschen Schluss führen, dass sie ein und dasselbe Wesen sind. Dies gilt auch für andere Ähnlichkeiten zwischen Geist und Seele. Zulervatore Fertig 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 Fertig